Dennis Aytekin leitet als erster deutscher Schiedsrichter im Rahmen einer Kooperation mit DFB und DFL einige Spiele der chinesischen Super League. Weitere qualifizierte Schiedsrichter aus dem Ausland sollen folgen, sowohl als Spielleiter als auch als Videoschiedsrichter. Bei Aytekins Reise ins Reich der Mitte geht es um die Leitung zweier Spiele. Der 39-Jährige leitete mit seinem Assistenten Eduard Beitänger zunächst die Partie zwischen Tongqing Leifan und Shanghai Shenhua F. am 22.10, am Mittwochnachmittag 25.10. Pfeift Aytekin dann noch die Begegnung zwischen Beijing-Gurhen und Tongqing Leifan. Beim zweiten Spiel trifft er übrigens auf einen alten Bekannten aus der Bundesliga. Der ehemalige Leverkusener Übungsleiter Roger Schmidt ist Trainer bei Beijing-Gurhen. Der erfahrene Referee leitete seit 2008 bereits über 130 Bundesliga-Partien und pfiff unter anderem auch das letzte DFB-Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Nun soll er im Rahmen der auf fünf Jahre ausgelegten Kooperation zwischen DFB, DFL und dem chinesischen Fußballverband die chinesische Liga unterstützen. Punkt dabei soll durch umfangreiche Maßnahmen die Entwicklung des chinesischen Fußballs unterstützt werden, etwa in der Ausbildung von Spielern, Trainern und Schiedsrichter sowie durch einen Wissensaustausch im Bereich der Liga-Organisation, hieß es in einer Mitteilung des DFB aus dem vergangenen November. Man wolle von Seiten des DFB versuchen durch Talentförderprojekte eine Verbesserung des chinesischen Fußballs zu erreichen. Gerade auch durch den Austausch von Trainern und Schiedsrichtern, erklärte Präsident Reinhard Grindel zum damaligen Zeitpunkt. Aytekin ist zwar der erste deutsche Schiedsrichter, der in der chinesischen Liga pfeift, der 39-Jährige dürfte aber kaum der letzte Bekanntename gewesen sein. Mehrere spanische Medien unter anderem die Marker berichten von möglichen weiteren Einsätzen, europäische Top-Refereys bei wichtigen Spielen der chinesischen Liga. Punkt auch anderen Verbänden liegt der Fortschritt von Chinas Fußball offenbar sehr am Herzen.